Schepard, vermute Cerberus hat die Energie abgeschaltet. Kann erst weitermachen, wenn sie Notfallsysteme umleiten. Finden Sie das Energie-Terminal. Müsste in der Nähe sein. Alle umsehen. In der Nähe muss es eine Stromversorgung geben. Jetzt online. Ausgezeichnet. Können uns durchbringen. Moment. Noch ein Cerberus-Trupp. Sie dürfen nicht in die Nähe der Frau. Verstanden. Machen Sie weiterhin Druck. Ihr könnt auch fronten und underminden die Sohber-Terminal. Geh! ا! Ja! Ho! ıyoruz! Was gezeichnet. Vorliebe für Zerstörung intakt, Shepard. Können uns jetzt durchschleusen. Shepard, Sie müssen uns zuerst durchbringen. Wie geht es Ihnen? Eindämmungsschild stark, aber nicht für direkten Beschuss ausgelegt. Das ist nicht Ihr Problem, Commander. Sie kennen mich nicht. Das will ich aber ändern. Halten Sie durch. Wie viele Kontrollpunkte noch? Nur die Landezone. Hoffentlich wartet Erdnard Reeve noch. Ich bin für Reeve wertvoll. Er wird da sein. Wir sehen uns dann oben. Hoganer mit Husten! Hoganer! 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 Das war der Letzte. Verschwinden wir von hier. Shepard, Bewegung! Ich kann in diesem Ding nicht ewig rumfliegen. Die Frau ist auf dem Weg rauf zum Landeplatz. Wenn Sie das schaffen! Wir sind fast wieder oben! Shepard, Sie haben uns gefunden. Unter schwerem Beschuss. Sie haben uns für den Weg rauf zum Landeplatz. Wir haben die Krudatmärkte in den Geschichten gestiegen. Server ist vor dem Tank, Shepard. Brauche Unterstützung! Verstattung ist für den Weg! Vermutlich sicher. Brauche jetzt letzte Freigabe, Shepard. Shepard, nicht zögern! Ganz schön heftige Feuerkraft! Vielleicht können wir ihn klappen. Severus hat noch nie fair gespielt. Das war's für heute. Das war's. Das war der letzte Shepard. Ich lande jetzt. Ich war nicht sicher, ob Sie das hinkriegen, Shepard. Ich bin nicht Ihr Eigentum, Reef. Was macht Soboros hier? Was wollen Sie? Ich bin nicht Ihr Eigentum. Ich weiß es nicht. Der Unbekannte hat irgendetwas vor. Den müssen wir auf Distanz halten. Dieser Vertrag wäre ein gewaltiger Sieg für die Allianz. Wir brauchen absolut jede Hilfe. Was ist mit dem Proteaner-Gerät? Die Allianz-Forschung hat offiziell mit dem Bau begonnen. Unter dem Namen Projekt Tigel. Wir setzen jeden dafür ein, der einen Hammer halten kann. Das ist das ehrgeizigste Unternehmen der Menschheitsgeschichte. Werden wir's schaffen? Ich sage nicht, dass es einfach wird. Aber laut unseren Forschern sind die Entwürfe elegant. Gewaltiger Ausmaße, aber irgendwie auch simpel. Wir schaffen das, Shepard. Sie schaffen es. Und keine Zweifel. Nein, Sir. Gut. Heck, it ended. Gut. 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 die frau ist in sicherheit um die heilung ihres volkes können wir uns später kümmern sie steigen nicht aus tourianer aber perlevin braucht ihre truppen jetzt es darf keine verzögerung geben keine verhandlungen jeder kroganer bekommt das heilmittel oder perlevin brennt morden wie lange würde ein heilmittel brauchen muss basis antigen der frau synthetisieren benötige dazu gewebeprobe von gesundem kroganischen mann ich gebe ihnen eine die heilung beginnt mit mir akzeptabel brauche sie für die prozedur an bord der normen die bleibe sowieso niemand berührt meine frau dann fangen sie an und beeilen sie sich wie immer bin in krankenstation falls gespräch gewünscht muss tests an iva durchführen richtiger name der frau unbekannt normandy ein schiff der menschen mythologie der menschen daher angemessen schlage gespräch mit ihr vor neue perspektive überraschend und ist sonst noch irgendwas es gibt ein kleines problem wegen eines schiffs zu dem unser kontakt abgerissen ist details das bespreche ich lieber unter vier augen wenn sie mit den turianischen problemen fertig sind scheppert müssen wir reden worüber einer meiner trupps wird vermisst ich gebe ihnen die details unter vier augen ich sehe sie dann in der einsatzzentrale gesprächsbereit man sollte meinen die salarianer würden eine basis auf ihrer heimatwelt besser ich habe es auf der galaxie karte markiert ich gehe die wars wo bin man wo bin wo bin wo bin vert Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020